Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Folge, in der wir uns heute mit der Grundrechtsbestimmung in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz der allgemeinen Handlungsfreiheit beschäftigen wollen. Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz lautet, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ursprünglich, meine Damen und Herren, sollte in dem Gesetzestext die Rede davon sein, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Den Müttern und Vätern ins Grundgesetz schien das aber für einen Verfassungstext zu despektierlich und deshalb kam es zu der jetzigen Fassung, ohne dass damit was anderes gemeint gewesen wäre. Und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat auch genau diese Historie wieder Hall gefunden. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, diese allgemeine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ist letztlich die allgemeine Handlungsfreiheit. Allgemeine Handlungsfreiheit heißt, grundrechtlich geschützt, gewährleistet ist die Freiheit, tun und lassen zu können, was man möchte. Das heißt, jede einzelne menschliche Handlung kann potenziell unter die Freiheitsgewährleistung aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz fallen, ist also entsprechend grundrechtlich geschützt. Beispiele dafür in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind etwa das Reiten im Walde. Selbst so eine lapidare Tätigkeit wie Reiten im Walde auf dafür nicht vorgesehenen Wegen kann prinzipiell unter die grundrechtliche Freiheitsgewährleistung fallen. Anderes Beispiel wäre das Füttern von Enten im Park. Wenn das so ist, dass grundsätzlich alles, was Menschen tun können, letztlich möglicherweise grundrechtsgeschützt ist, also in den Anwendungsbereich, in den Schutzbereich des Grundrechts fallen kann, dann ist auch wieder klar, dass dann diese grundrechtliche Freiheit, damit das sozial kompatibel ist, entsprechend beschränkt werden kann. Dafür gibt es die sogenannte Schranken-Trias, also die Grenze dieser Grundrechtsgewährleistung an dem Recht anderer der verfassungsmäßigen Ordnung oder dem Sittengesetz. Die entscheidende Grundrechtsschranke ist die verfassungsmäßige Ordnung, weil das Bundesverfassungsgericht versteht unter verfassungsmäßiger Ordnung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, dass letztlich jedes Gesetz eine Schranke der Grundrechtsausübung bildet. Das hieße aber, dass der Gesetzgeber völlig frei darin wäre, zu bestimmen, wie weit die Freiheit geht und also letztlich diese Freiheitsgewährleistung aus dem Grundrecht unter einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt stünde. Das kann nicht sein, weil das dem Vorrang der Verfassung vor der einfachen Rechtsordnung nicht entsprechen würde. Um das wieder aufzufangen, hat das Bundesverfassungsgericht die Ebene der sogenannten Schranken-Schranke entwickelt. Das heißt nämlich, dass letztlich jedes beschränkende Recht wieder im Lichte des Grundrechts einschränkend auszulegen ist. Das heißt, die Bedeutung, die die Einschränkung für die grundrechtliche Freiheit aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz hat, ist wiederum zu reflektieren und als Grenze für die Grundrechtsbeschränkung zu aktualisieren. Das wird teilweise so ein bisschen flapsig als die Radioaktivität der Grundrechte bezeichnet, weil dadurch die Grundrechtsbestimmung in die allgemeine Rechtsordnung, bei der Auslegung in die allgemeine Rechtsordnung ausschreit. Aber das trifft es meines Erachtens ganz gut. Ich hoffe, damit zur Klärung von Zweifeln beigetragen zu haben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.